So, herzlich willkommen wieder bei Minecraft. Wir bauen unsere Stadt. Folge 8. Wieder alleine erst mal. Aber beim Kumpel geht die Offennahme endlich mal. Kann man endlich mal am Wochenende zusammen aufnehmen. Aber ich brauche noch ein paar Folgen. Darum nehme ich jetzt vier, fünf Folgen alleine auf. Hä? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Geht mir auf den Keks. Halt direkt hier. Oh. 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 so dann kann man dann irgendwann mal töten mitten bei der schafe so dann 1, 2, 1, 2, 1. Genau das Melk für meine Wolle. Ja, heute nicht auf. 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 Und dann nach COD Ghost soll dann Halo 4 kommen. Und ein überraschen. Ich glaube, das ist das Spiel. Ja, das ist das Spiel. Dann kommt. Ich, das ist noch mal, wenn man, wenn, wenn will, wenn man, wenn ich mich, wenn mein Partner Lust hat. LLs, 5, 10er, Lernputzschafz, mach das Dach noch schnell fertig, dann geh schlafen. Reglazieter alles. Reglazieter alles. Was machst du hier? So, ich hab'n Tag Schafe, ich schlaf mal. Geiztragen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die töte ich dann. Die Schafe, wenn wir in die Stadt dann bisschen Wolle brauchen, dann lasse ich doch erstmal leben. Die Schafe, wenn wir in die Stadt dann gehen, dann lasse ich doch erstmal leben. Und damit beabschiede ich mich erstmal schon wieder. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen oder Kommentare und bis zum nächsten Mal und tschüss. Amen. Amen. Amen.